Es ist Zeit für eine neue Runde Horst hier auf dem YouTube-Channel der EasyCredit BBL. Und neulich in Würzburg habe ich ja schon mal eine Dreierrunde gemacht. Das lief für mich ja unfassbar gut. Deswegen dachte ich mir, machen wir es einfach nochmal. Heute sogar mit Spielern von zwei verschiedenen Teams. Wir haben einmal Dino Dostarevic von den Rockets und Sergio vom MBC. Und ich bin gespannt, wie es heute läuft. Ich habe, wie viele wissen, jede Runde verloren bisher. Mal gucken, ob sich das heute ändert. Ich fange nicht an. Wer möchte anfangen? Who wants to start? Sergio! Dino fängt an. Ganz easy. Ja, also da ich noch nicht warm bin, würde ich sagen, fange ich mal an mit dem weiten Dreier. Das ist gut, wenn man nicht warm ist. Normal. Das ist die Steph Curry. So, behind the back of the backboard. Was? Die Freikantist. Das ist der erste Mal. Das ist nicht der erste Mal. Das ist so, dass du jetzt nicht. Ich habe es nie gemacht. Nein, ich habe es 30 Mal gemacht. Sie? Okay. Ich gehe von hier. Oh, das ist gut. Oh. Oh. Good job, dude. Over the backboard. Come on. Oh. We gotta hit the backboard or no? No, no. 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 Okay. Na, 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 na. Voiwold im Kniet. Oh. Oh, that's cool. That might take a hell. That's cool. Yep. Oh, my God. Oh, my God. Oh. Hey, Joe. Mit der Unterhand? Mit Dritt. Mit Dritt. Mit Dritt. Nope. Oh. 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 Oh, there we go. Oh. 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 Oh, oh. 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 Alle haben H.O. 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 Ich habe das noch nie, aber... H.O. 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 Oh, oh! Ich bin raus. Schade. 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 Okay, aber es geht noch weiter. Wir müssen noch ein Bild. Ja, komm. Oh! Sonst wird es auch ein bisschen... Komm on! Das ist gut, Alter. Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist ein Video. Wo ist das? Hier? Nee! Hier, oder? Ja, so. Das beflügelt mich. Nein. Wir haben einen Sieger. Zweiter Platz. Standesgemäß ist wie immer der letzte Platz für mich. Dino, zweiter Platz. Sergio, der Sieger. Herzlichen Glückwunsch. Ja, war eine spannende Runde. Und ihr könnt euch die anderen Partien gerne auch nochmal angucken. Sind hier alle irgendwo verlinkt. Habt ihr schon mit Isaac Bonger gespielt, mit Konstantin Klein und auch in Würzburg eine nette Runde gespielt. Also schaut da auch nochmal rein. Und wir machen irgendwann nochmal eine Revanche. Ja, das ist ein Video. Ja.